Lidia, wann fangen wir mit der 3 an? Ich will hier Ferien. Ich zeige euch drei verschiedene Cocktail mit Wassermelonen, einen ohne Alkohol. Das sind Gurken, Pfeffer und Gin, das gibt einen feinen Geschmuck. Das ist es. Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ihr seht, es ist so einfach, dass ich ein paar Sachen in den Mixer schmeissen und schon haben die Ferienstimmung. Ich habe es jetzt mit Wassermelonen gemacht, aber ihr könnt auch Erdbeeren oder Honigmelonen brauchen. Das ist sicher auch recht fein. Oder vielleicht fällt euch auch etwas ein, das ich gar nicht kenne, wer weiss. Und jetzt? Jetzt muss man noch probieren. Ich muss noch probieren und ich probiere von allem. Nein, von dem nicht, nein. Oh, das ist geiler. Nein, das ist alles geiler. Das wollte ich nicht sagen. Aber das ist wirklich fein. Okay. 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 Okay.